Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gefragt, warum er Ihnen rituelle Zeichnungen ins Gesicht gemalt hat. Er hat was? Er will Sie unbedingt sehen. Er hat zu Ihnen eine Verbindung hergestellt mit Hilfe indianischer Magie. Was für eine indianische Magie? Ich habe einen kleinen, frierenden alten Mann auf der Straße aufgelesen. Darin ist nichts Magisches. Er bittet Sie, seine verlorene Seele im Wald zu suchen. Wie bitte? Er hat Sie beeinflusst. Sie verfügen über seine Kraft. Ich will mich nicht in so einen Zombie verwandeln. Ich will nicht an so ein Zeug glauben. Verstehen Sie? Ich will nicht. Los, versteckt euch! Haben Sie keine Angst, das sind Freunde. Sind Sie sicher, dass das Freunde sind? Er sagt, Kumari wird Sie vor Sonnenaufgang töten. Auf mir lasst du deinen Fluch. Ich bin verdammt, seit ich in Paris zu Ihnen in diesen Aufzug gestiegen bin. Wäre ich nur eine Sekunde später gekommen, aber nein, ich bin in diesen scheiß Aufzug gestiegen und der hat mich bis hierher gebracht. Sie sind immer noch in diesem Aufzug und Sie sollten nicht während der Fahrt aussteigen. Versuchen Sie bis zum Ende durchzuhalten. Und wann ist es zu Ende? Der Jaguar